Was mich vor allem interessiert, ist, wie man zu der Idee kommt, Everest ohne Flaschensauerstoff zu probieren, wenn alle sagen, oder fast alle sagen, dass du sterben wirst. Ja, Lars, du hast schon gesagt, fast alle haben das gesagt, aber nicht alle. Und wir haben ja diese beiden Ärzte, Dr. Markreiter und Dr. Oelske, die überzeugt gewesen sind. Vielleicht nicht ganz hundertprozentig, aber zu 90 Prozent überzeugt, die schaffen das. Man darf nicht vergessen, wenn du gut akklimatisiert bist, wenn du nichts schleppst, also du hast nicht diese zwei Oxygen-Bottles am Rücken, dann bist du viel beweglicher. Weil damals haben diese zwei Sauerstoffflaschen, die haben etwa 13 Kilo gewogen. Das ist schwer. 13 Kilo Rucksack ist wahnsinnig schwer. Dann wussten wir, wir sind gut akklimatisiert. Reinhold ist super, okay, ich habe mich wieder dazugesellt, probieren wir es. Und wir hatten immer noch die Alternative, umdrehen. Wir hätten sagen können, wenn wir da jetzt hinaufkommen zum Südgipfel, okay, es geht nicht, wir drehen um. Das ist ganz wichtig beim Bergsteil, nicht, dass du nicht sagst, ja, ich muss jetzt zum Gipfel. Diese Sache, ja, ich muss, I have to. Nein, wir versuchen das, wir checken das und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Und das hat Gott sei Dank funktioniert. Ihr habt nach der Akklimatisationsrunde, also sehr ausgelaugt, zurück zum Basislager gekommen. Trotzdem habt ihr die mentale und physische Stärke dann wieder noch einen Versuch zu wagen. Ja, die mentale und physische Stärke war bei mir weniger groß wie bei Reinhold, ja. Weil ich war ganz jung verheiratet, wir hatten einen Sohn, der war etwa ein Jahr alt, oder so in etwa, okay. Und ich wollte schon den Everest machen, aber für mich war es sehr wichtig, wieder nach Hause zu kommen. Das war ganz wesentlich. Und es hat, es war so, ja, natürlich, du brauchst manchmal jemanden, der dir einen Trick gibt. Du brauchst manchmal jemanden, der dich motiviert. Manchmal bist du der Motivator, okay, manchmal ist es der Partner. Und das ist ganz wichtig, dieses Partnership, das braucht es schon. Und einmal der und einmal der andere. Und am Everest war schon Reinhold die treibende Kraft, nicht? Er hat gesagt, so, jetzt machen wir das, come on, jetzt tu es. Und das hat dir auch dann Stärke gegeben? Ich wusste ja, ich schaffe das irgendwo. Du brauchst nur jemanden, der sagt, du, du schaffst das. Das braucht einen kleinen Kick, der letzten Endes dann funktioniert hat. Wann hast du das gewusst, dass wir geschaffen werden? Na gut, das habe ich schon am Südsattel gewusst, nicht? Ich bin ja, Reinhold hat ja auch, heute haben wir nicht diese ganzen Clips gesehen, die er gefilmt hat. Ich bin am Südsattel, er war schon dort, am Camp, am Zelt. Und ich bin dann nachgekommen und dann habe ich aber schon gesehen, okay, irgendwie geht das schon. Es ist ja nicht, du kletterst ja am Everest nicht so sehr. Es ist eine Flanke, sehr steil natürlich, auch Lawinen gefährdet. Aber das ist unser Country, das ist unsere Spielwiese auf gut Deutsch. Wir können gut gehen, es ist nicht übermäßig steil. Das Wetter war so lala, das Wetter war nicht so besonders gut. Es war nur sehr, sehr kalt. Wir hatten aber gute Ausrüstung, auch wichtig. Und je höher du kommst, und du gehst ja ganz langsam, nicht? Das ist eine psychologisch interessante Geschichte. Du gehst ganz langsam, 20 Meter oder 25 Meter oder 15 Meter. Du bleibst stehen und da beginnt das Ganze wieder von neu. Und du weißt, der Partner ist neben dir oder unter dir oder über dir. Und es wurde dann das Wetter besser. Und dann ist es immer gut, wenn das Wetter sich aufklart, ist das eine super Geschichte. Dann bist du auch von der Motivation, aha, es wird schön, es ist nicht mehr so ganz kalt, nicht mehr so windig. Und das funktioniert dann. Dann hast du keine Angst mehr oder keine Zweifel. Angst darfst du sowieso nicht haben. Und Zweifel hast du auch nicht. Das habe ich schon heute versucht im Vortrag zu sagen. Zweifel hast du nur oder Angst, wenn du im Zelt bist. Wenn du im Zelt bist, dann denkst du, ah.